Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir schneiden sie, wir schneiden sie, wir müssen das nicht mehr drauf. Dann haben wir dadurch so ein Stück. Und das mit dem Hand. Okay, jetzt ist die Leidung. Ja, ich habe noch einen Druck hier, hm? Okay, ich habe noch einen Druck hier, hm? Okay, ich habe noch einen Druck hier, hm? Okay, ein Druck im Wasser, okay, alles rein. Ja, echt. Ich habe noch einen Druck hier und ich habe noch einen Druck hier. Das war's, okay. Ich habe noch einen Druck hier, hm? Ich habe noch einen Druck hier und hier bin ich. Und dann gibt es noch einen Druck hier weiter. Das war's für heute. Mary noticed Remington's feelings and started to care for the legendary pirate. So, I think it's really nice to see you. I think it's really nice to see you. I think it's really nice to see you. Um die Tür zu öffnen, muss ich die Umrisse des korrektes korrektes... Was muss ich die Umrisse des korrektes 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 korrektes... Bitte? Amen Hey, was ist denn das? 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 Was hat das? Da haben wir auch noch was drin. Okay, jetzt. Jetzt kommen wir hier. Was? Wo war denn der Hebel? Das war ein Rieschuk. Das war ein Rieschuk. Das war ein Rieschuk. Ich habe diesen alten Symbol mit mir in die Grave genommen. Recover es, würde dir helfen, was er macht. Vielleicht kannst du Remington in Zeit stoppen. Wenn nur du meine Hand regenerieren könntest. Ah. Dieses Symbol scheint wichtig zu sein. Ich musste es nur gerade ergreifen. Da kann man sich aber dann wieder bewegen. Mit diesem Lebenstrang. Natürlich allerdings noch etwas. Wo war denn jetzt hier? Das ist nur ein Knochen. Das ist zu. Das ist eigentlich kein Kompass. Okay. Dann. Das ist ungefähr ein Schtlesiley. Das ist hier auch ein Knochen. Keine Ahnung. Das ist schön. Das ist auch das für mich auf kanssa. Das ist auch ein Knochen. Keine Ahnung, maine already. Spیکente. Dann heil. anhören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und genau das gucken wir uns das nächste Mal an. Bis dahin, tschau!